Ey, Alter, wird mal Zeit, dass du Hate-Kommentare machst. Boah, ich hab aber keinen Bock auf Hate-Kommentare. Keine Wiederrede, du Kackspach! Du machst jetzt dieses Scheiß-Video, das gibt mir nicht gut Klicks, also los! Oh, nee, halt, nee, ich mach das nicht. Alter, Hate-Kommentare, weißt du, ich schenk doch den Wichsern keine Aufmerksamkeit. Strich! Du kommst jetzt hierher! Oh, nö, ey. Episode 1 Hate-Kommentare. Na dann legen wir doch mal los. Deine Mom war ja echt ein heißer Ofen. Ja, ich hab'n Will-Fetisch. Digga, küsst du deine Mutter mit dem Mund? Oh, wait. Die Gitarrenmusik im Hintergrund macht dich erträglicher. Aber ich spiele keine Gitarre. Hä? Der ADHS Spasti. Offert dich immer noch Monsieur Spasti. Einmal Missgeburt, immer Missgeburt. Ah, da spricht immer das Erfahrung. Du bist dumm. Jetzt mal ernst, Alter. Es gibt so viele Möglichkeiten, jemanden zu beleidigen, weißt du? Es gibt so viele kreative Möglichkeiten, jemanden zu beleidigen. Und dir fällt nichts besseres ein, als du bist dumm? Danke, dass du dich so nett ausgedrückt hast. Solche Leute wie du wurden früher jeden Tag verprünkelt. Ja, und die Leute, die diese Leute verprünkelt haben, sind jetzt im Knast. Was? Warst früher ein Bastard und jetzt immer noch? Naja, man muss das mal so sehen. Die coolsten Leute sind Bastarde. Ich meine, Jon Snow... Ich... Ein Opfer bist du immer noch. Naja, ein Opfer unglaublicher Schönheit zu sein, ist nun mal ziemlich schwer. Aber hey, du bist ja ebenfalls ein Opfer von unglaublich schlechter Rechtschreibung. Mäh! Hast du die geile Blonde von der Farm geflankt? Was? Naja, du bist nicht gestört. Elogix ist gestört. Bist du KuchenTV aus der Zukunft? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Heißt das KuchenTV produziert in Zukunft hochwertig gestaltete und gut produzierte Videos? Geil! Heute bist du immer noch ein Lauch. Naja, immerhin ritze ich mich nicht, weil sonst wäre ich ja ein Schnittlauch. Du, Hesslon, hast ne Frau? Ja, kannst du mal sehen. Und deshalb, gib die Hoffnung nicht auf. Denn irgendwann wird auch ein Hesslon wie du eine Frau bekommen. Auf deiner Stirn steht Hurensohn. Hey, mein Name ist nicht Torben Bruns. So Leute, das war jetzt diese Episode. Kommentare kommentieren, beziehungsweise sollte ich vielleicht eher sagen, Kommentare roasten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall ein Like dalassen. Genauso wie auf diesen komischen roten Abo-Button da klicken. Oder auch die Glocke aktivieren. Oder vielleicht sogar alles gleichzeitig, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Haut heraus! Pheon meldet sich ab! Peace! D like! t haben wir wiederמו! T